Hallo und herzlich willkommen zu Holzwerken TV. Heute ausnahmsweise einmal nicht aus der Werkstatt, sondern vom Schreibtisch aus, denn es geht um die Planung von Möbeln. Genauer gesagt geht es darum, wie Sie mit dem Programm SketchUp Ihre Möbel sehr einfach zeichnen können und auch Ihre Ergebnisse zu Papier bringen. In den folgenden Minuten gebe ich Ihnen einen kleinen Einstieg in dieses tolle 3D Zeichenprogramm. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit nur wenigen Befehlen einen Tisch zeichnen, bemaßen und ausdrucken können und hoffe Ihnen damit einen guten Einstieg in dieses Programm geben zu können. Bevor Sie mit dem Zeichnen beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Zeichenvorlage ausgewählt haben. In diesen Vorlagen sind bereits alle Programmeinstellungen, Farben, Einheiten und sonstige Optionen sinnvoll eingestellt. Wählen Sie im Menü Hilfe den Eintrag Willkommen bei SketchUp. Hier gibt es einen Bereich Vorlage. Wählen Sie die Vorlage Holzbearbeitung Millimeter aus und klicken Sie dann auf SketchUp verwenden. Wählen Sie im Menü Datei den Eintrag Neu. Es wird eine neue, leere Datei angelegt und die eben gewählte Vorlage dient als Basis für die neue Datei. Solange Sie keine andere Vorlage auswählen, wird für alle weiteren Zeichnungen, die neu angelegt werden, diese Vorlage verwendet. Wählen Sie den Befehl Linie über die Symbolleiste oder die Taste L aus. Klicken Sie mit der Maus auf den Kreuzungspunkt der drei Achsen. Das ist der aktuelle Nullpunkt der Zeichnung. Bewegen Sie die Maus in Richtung der roten Achse. Die zu zeichnende Linie hängt regelrecht am Maussymbol, das nun das Aussehen eines Bleistiftes hat. Wenn Sie mit dem Bleistift in die Nähe der roten Achse kommen, rastet die Linie dort ein. Dieses Verhalten ist Garant für gerade und rechtwinklig ausgerichtete Linien und Formen. Tippen Sie nun einfach die Zahl 80. Die Eingabe geschieht automatisch im Maßeingabefeld, ohne dass Sie dieses aktivieren müssen. Ein Druck auf die Eingabetaste genügt und es wird eine Linie mit der Länge von 80 mm gezeichnet. Bewegen Sie nun die Maus in Richtung der grünen Achse. Färbt sich die Linie, die an Ihrer Maus hängt, grün, so ist die neu gezeichnete Linie genau im Winkel von 90 Grad zur eben gezeichneten Linie ausgerichtet. Tippen Sie wieder 80 und bestätigen Sie die Eingabe. Die dritte Linie wird wieder in Richtung der roten Achse gezeichnet, aber entgegengesetzt zur ersten Linie. Auch diese Linie ist 80 mm lang. Eine vierte Linie parallel zur zweiten Linie in Richtung der grünen Achse schließt das Quadrat. SketchUp hat nun automatisch eine Fläche innerhalb des Quadrates erzeugt. Nun geht es in die dritte Dimension. Eine der wichtigsten Funktionen in SketchUp ist das Werkzeug Drücken-Ziehen. Sie finden es in der Symbolleiste oder Sie rufen es mit der Taste P auf. Der Mauszeiger ändert sich wieder und nimmt die Gestalter des Quaders mit einem Pfeil an. Bewegen Sie dieses Symbol auf die automatisch erzeugte Fläche und führen Sie einen Klick mit der linken Maustaste aus. Bewegen Sie nun die Maus in Richtung der blauen Achse. Die Fläche hängt am Mauszeiger und wird mit der Bewegung nach oben gezogen, sodass ein dreidimensionaler Körper entsteht. Tippen Sie die Zahl 700 und bestätigen Sie die Eingabe. Es ist ein Quader mit einer Höhe von 700 Millimetern entstanden, der erste Tischfuß. Dieser Tischfuß besteht nun aus sechs einzelnen Flächen und zwölf Linien, also 18 Einzelobjekte, die diesen Tischfuß bilden. Zum Weiterarbeiten sind diese vielen Einzelteile eher hinderlich. Sie können diese aber gruppieren, was die Weiterarbeit enorm erleichtert. Dazu müssen alle Teile des Tischfußes markiert werden. Der aktuelle Befehl muss abgebrochen und in den Auswahlmodus gewechselt werden. Das geschieht am einfachsten durch einen Druck auf die Leertaste. Der Mauszeiger nimmt dann wieder die gewohnte Pfeilform an. Nun ziehen Sie einen Rahmen von links oben nach rechts unten auf. Dieser Rahmen muss alle Teile des Tischfußes umschließen. Das Aufziehen des Rahmens geschieht mit gedrückter linker Maustaste. Lassen Sie die Maustaste los, so sind alle Linien und Flächen des Tischfußes blau markiert. Sie sind nun ausgewählt. Als nächstes machen Sie einen Rechtsklick auf den markierten Tischfuß. Es erscheint dieses Kontextmenü, in dem Sie verschiedene Optionen haben. Klicken Sie auf den Punkt Gruppieren. SketchUp hat nun die sechs Flächen und zwölf Linien zu einem Element zusammengefasst, welches viel unkomplizierter weiter genutzt werden kann als die vielen Einzelobjekte. Während des Zeichnens können Sie die Ansicht ganz gezielt vergrößern oder verkleinern. Das geschieht mit dem Mausrad. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Objekt, das Sie vergrößern oder verkleinern wollen. Drehen Sie das Mausrad von sich weg, dann zoomen Sie heran. Drehen Sie das Mausrad in die andere Richtung, verkleinert sich die Ansicht. Haben Sie einmal den Überblick verloren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Alles zeigen. SketchUp zeigt Ihnen dann wieder die komplette Zeichnung. Mit einem Druck auf die mittlere Maustaste, meist ist diese gleichzeitig auch das Mausrad. Und gleichzeitig im Bewegen der Maus rotieren Sie die Ansicht im dreidimensionalen Raum. Der Vorteil des Zeichnens und Konstruierens am Computer ist der, dass man viel weniger Arbeit hat, wenn sich Dinge wiederholen. Das gilt auch für diesen Tisch, der vier Tischfüße haben wird. Einer ist bereits gezeichnet und wird wiederverwendet. Dazu wird er kopiert und gleichzeitig an den richtigen Platz verschoben. Klicken Sie den Tischfuß einfach mit der Maus an. Er wird blau markiert und ist somit ausgewählt. Jetzt wählen Sie den Befehl Verschieben aus der Symbolleiste oder durch einen Druck auf die Taste M. Der Mauszeiger wechselt wieder und wird als Doppelfall dargestellt. Drücken und halten Sie die Steuerungstaste und verschieben Sie den Tischfuß entlang der grünen Achse. Sie können nun die Steuerungstaste wieder loslassen. Das Drücken dieser Taste bewirkt, dass beim Verschieben gleichzeitig eine Kopie erzeugt wird. Diese Kopie hängt nun am Mauszeiger und kann platziert werden. Achten Sie darauf, dass die Kopie des Tischfußes genau entlang der grünen Achse verschoben wird. Sie erkennen dies daran, dass zwischen den beiden Füßen eine grün gestrichelte Linie angezeigt wird. Neben dem Mauszeiger erscheint dann auch der Hinweis auf grüner Achse. Tippen Sie nun die Zahl 720 und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Die Kopie des Tischfußes wurde somit um 720 Millimeter ausgehend vom Original nach hinten kopiert. Zusammen mit der Materialstärke von 80 Millimetern des Tischfußes ergibt das ein Außenmaß von 800 Millimeter. Auf die gleiche Weise markieren und verschieben Sie die Tischfüße nun erneut. Aber diesmal beträgt die Verschiebung jeweils 1320 Millimetern und findet entlang der roten Achse statt. Drehen und zoomen Sie die Ansicht nun so, dass Sie alle vier Tischfüße von schräg oben sehen können. Wählen Sie die Funktion Rechteck über die Symbolleiste oder einen Druck auf die Taste R. Fahren Sie mit der Maus auf den inneren oberen Eckpunkt eines der linken Tischfüße. Machen Sie dort einen Mausklick. Bewegen Sie die Maus auf den gegenüberliegenden Tischfuß zu. Dort aber auf die Mitte der Linie. Machen Sie auch hier einen Mausklick. SketchUp hat nun ein Rechteck mit Fläche erzeugt, das genau zwischen die beiden Tischfüße passt. Dies wird die Zarge. Mit dem Drücken-Ziehen-Werkzeug machen Sie aus der Fläche einen Quader. Klicken Sie die Fläche an und ziehen Sie sie nach unten. Die Zarge soll eine Höhe von 80 Millimeter bekommen. Geben Sie also die Zahl 80 ein und bestätigen Sie dies mit der Eingabetaste. Es ist sinnvoll, auch dieses Bauteil zu gruppieren. Ziehen Sie einen Rahmen auf, der die Zarge vollständig umschließt, nicht aber die Tischfüße. Es wird nur das ausgewählt, was vollständig im Rahmen eingeschlossen ist. In diesem Fall also nur die Zarge. Machen Sie einen Rechtsklick und wählen Sie wieder Kopieren. Wählen Sie wieder den Befehl Verschieben und kopieren Sie die erste Zarge auf die gegenüberliegende Seite des Tischgestells. Greifen Sie die Zarge dabei an den Endpunkten und platzieren Sie sie genau anhand der Endpunkte der Tischfüße. SketchUp erkennt Endpunkte und Mittelpunkte von Linien, zeigt diese am Bildschirm an und rastet den Mauszeiger darin ein. Das macht das präzise Positionieren von Einzelteilen, Linien, Kreisen und anderen gezeichneten Objekten zum Kinderspiel. Genau wie die kurzen Zarge-Teile erstellt wurden, können Sie nun auch die beiden langen Zarge-Teile erstellen. Nun geht es an die Konstruktion der Tischplatte. Drehen Sie die Ansicht wieder so, dass Sie alle vier Tischbeine von Schreck oben sehen können. Zeichnen Sie ein Rechteck. Der Startpunkt ist der äußere Punkt am rechten vorderen Tischbein. Der Endpunkt liegt genau gegenüber außen am linken hinteren Tischfuß. Die Platte ist somit genauso groß wie das Untergestell. Die Platte wird mit dem Drücken-Ziehen-Werkzeug um 40 mm nach oben gezogen. Nun müssen Sie die Ansicht so drehen und ausrichten, dass es möglich ist, nur die Platte auszuwählen, um daraus eine Gruppe zu erstellen. Wählen Sie dazu im Menü Kamera, Standardansichten und dort den Eintrag vorne. Nun schalten Sie noch die perspektivische Ansicht aus. Dies geschieht über Kamera, Perspektive. Nun können Sie durch Aufziehen eines Rahmens alle Teile der Tischplatte auswählen, ohne dabei versehentlich Teile des Gestells mit in die Auswahl zu übernehmen. Sie können jetzt bequem die Tischplatte gruppieren. Anschließend können Sie wieder zur perspektivischen Ansicht zurück wechseln. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben soeben einen Tisch in SketchUp konstruiert. Was ist aber eine Zeichnung ohne Maßangaben, die ja zum späteren Bau des Möbels benötigt werden? Auch das geht sehr einfach mit SketchUp. Wählen Sie die Funktion Abmessung aus der Symbolleiste. Bewegen Sie die Maus an einen der Eckpunkte der Tischplatte. Machen Sie dort einen Mausklick. Bewegen Sie nun die Maus an den gegenüberliegenden Eckpunkt. Klicken Sie erneut. Eine Bemaßung hängt nun am Mauszeiger. Sie kann beliebig platziert werden. Fügen Sie auf die gleiche Weise weitere Bemaßungen ein. Das, was Sie am Bildschirm sehen, können Sie natürlich auch zu Papier bringen. Die kostenlose Programmversion bringt nur rudimentäre Druckfunktionen mit. In der Regel reichen diese aber für den Holzwerkeralltag vollkommen aus. Drehen und zoomen Sie die Ansicht so, wie sie später auf dem Ausdruck erscheinen soll. Wählen Sie anschließend im Menü Datei den Punkt Druckereinrichtung. Hier machen Sie alle für den Ausdruck notwendigen Einstellungen. Genauso wie Sie es auch von anderen Programmen gewohnt sind. Sind alle Einstellungen gemacht, bestätigen Sie diese mit einem Klick auf den OK-Button. Anschließend wählen Sie im Dateimenü den Punkt Seitenansicht. Im Bereich Druckformat wählen Sie die Option An Seite anpassen. Klicken Sie dann auf den OK-Button. Die Seitenansicht erscheint. Wenn Ihnen gefällt, was Sie sehen, starten Sie den Druckvorgang über den Button Drucken. Wenn Ihnen die Vorschau nicht zusagt, klicken Sie auf den Button mit der Aufschrift Schließen. Sie müssen dann ein wenig mit den Einstellungen der Seitenansicht experimentieren, solange bis Ihnen das Ergebnis auf dem Ausdruck gefällt. Wie Sie sehen konnten, ist es ja sehr leicht möglich, mit nur wenigen Befehlen Ihre Ideen in den Computer zu bringen und natürlich auch zum Schluss auf Papier, das Sie mit in die Werkstatt nehmen können. An dieser Stelle bleibt mir nur Ihnen viel Spaß beim Konstruieren am PC zu wünschen und natürlich noch mehr Spaß beim Bau der Möbel in Ihrer Werkstatt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017